Molière, 1622 bis 1673. Komödiant, Günstling des Königs, Gesellschaftskritiker, Lebemann, Kirchenfeind. Der französische Dichter Molière erhielt bereits zu Lebzeiten viele Titel. Doch egal, wie die Kritiker zu ihm standen, eines ist unbestritten. Molière ist der wichtigste Theaterautor Frankreichs. Kein anderer hat es geschafft, dass seine Stücke so oft aufgeführt wurden. Kein anderer hat ein derart breites Publikum von Königen bis zum einfachen Volk so lange in seinen Bann gezogen, wie der Mann, dem alles andere als eine Karriere rund um die Bühne in die Wiege gelegt war. Molière wird im Jahr 1622 als Jean-Baptiste Bocquelin in Paris geboren. Das genaue Geburtsdatum ist unbekannt. Da jedoch die Taufe für den 15. Januar verbürgt ist, geht man davon aus, dass das eigentliche Geburtsdatum ebenfalls in den frühen Januar fällt. Sein Vater ist der 25-jährige Jean Bocquelin, ein wohlhabender Bürger, der in dritter Generation ein Geschäft für Tapisseriewaren führt. Heute würde man sagen, er ist Innenausstatter. Als der kleine Jean-Baptiste acht Jahre alt ist, erhält sein Vater ein Amt am Hof. Er wird königlicher Kämmerer. Sein Geschäft in der Innenstadt von Paris betreibt er weiter. Ab und zu nimmt er seinen Sohn mit in den Königspalast. Eindrücke und Einblicke hinter die Kulissen der Macht bieten sich dort für Jean-Baptiste, die er später in seinen Theaterstücken verarbeitet. Am Hof wird nicht nur Politik gemacht. Es geht auch darum, Frankreich zu repräsentieren. Das Zeremoniell rund um den absolutistischen Monarchen gleicht einem Schauspiel, bei dem die Höflinge und die Besucher aus dem Ausland Statisten und zugleich Zuschauer sind. Jeder Schritt, jedes Wort und jede Geste des Herrschers ist kalkuliert. Dank seiner raschen Auffassungsgabe lernt Jean-Baptiste viel. Doch mindestens genauso wichtig sind seine Beobachtungen im Laden des Vaters. Hier erlebt er jeden Tag die unterschiedlichsten Charaktere. Das Publikum sind die höheren Stände von Paris in einer Zeit, die viel Wert auf Prunk und Dekoration legt. Viele Typen, die er später in seinen Komödien porträtiert und bloßstellt, kaufen bei seinem Vater ein. Geizige Millionäre, verschlagene Emporkömmlinge, Intriganten, lustige Witwen, Ehebrecher mit ihren Geliebten, trottelige Adelige und lebensfrohe Priester, die es mit den Geboten der Armut und der Keuschheit nicht so genau nehmen. Gelegentlich nimmt ihn auch sein Großvater in eines der respektablen Theater mit, in denen sich das bürgerliche Publikum amüsiert oder zumindest durch klassische Stücke erbauen lässt. Doch die größte Anziehungskraft auf den jungen Jean-Baptiste Bockelin üben die Straßenkünstler rund um Pont Neuf aus. Die Brücke über die Seine ist nur einen Steinwurf von seinem Elternhaus entfernt. Tag für Tag findet dort ein scheinbar nie endender Jahrmarkt statt. Gaukler und vor allem Straßenkomödianten zeigen ihre Künste und unterhalten das ständig wechselnde Publikum mit derben Scherzen und kurzen Theaterstücken. Viele der reisenden Truppen kommen aus Italien und sprechen allenfalls gebrochen Französisch. Sie behelfen sich mit ausdrucksstarken Gesten, einer überdeutlichen Mimik und setzen auf leicht verständliche Situationskomik. Doch sie führen ein Leben am Rande der Gesellschaft. Die Kirche erklärt die wandernden Künstler für gottlos, womit sie automatisch exkommuniziert sind. Dort auf den Straßen von Paris reift in Jean-Baptiste eine schwerwiegende Entscheidung heran. Anstatt sich ins gemachte Nest zu setzen und das Geschäft seines inzwischen vermögenden Vaters fortzuführen, will er Theatermann werden. Trotzdem studiert er zunächst Jura. Doch immer wieder kommt er mit Kunst in Berührung. So lernt er an der Universität so illustre Zeitgenossen wie den Dichter Cyrano de Bergerac kennen. Gemeinsam mit Studienfreunden wie dem reichen und mächtigen Grafen Conti gibt die Gruppe ein sonderbares Bild ab. In ihren prunkvollen bunten Gewändern, mitten in einer Menge aus einfachen Laufburschen, Fischern und Marktfrauen, wenn sie den Jahrmarkt um Pont-Neuve besuchen. Aber die jungen Männer gehen auch regelmäßig ins Theater und beschäftigen sich mit Philosophie sowie den klassischen Dramen und Komödien. Vater Poquelin gibt die Hoffnung, dass aus seinem Sohn etwas Anständiges werden könnte, trotzdem nicht auf. Immerhin schließt Jean-Baptiste sein Jurastudium 1641 erfolgreich ab und arbeitet für kurze Zeit als Anwalt. Letztlich siegt jedoch die Liebe zur Bühne. Um den Namen seiner Familie nicht in Verbindung mit dem liederlichen Theaterleben und damit in Verruf zu bringen, nennt sich Jean-Baptiste ab dem Jahr 1643 Molière. Doch er löst sich nicht ganz von seiner bürgerlichen Existenz. Der Vater unterstützt ihn immer wieder mit seinem Einfluss, gelegentlich auch mit Geld. Aber bald findet Molière eine zweite Familie. Er schließt sich einer Wandertruppe an, die sich im Laufe einiger Jahre rund um die Komödiantenfamilie Béjar entwickelt hat. Molière liebt Madeleine Béjar und will mit ihr ein eigenes Theater aufbauen. Er bringt das Kapital aus einer kleinen Erbschaft in die Truppe ein und verschafft sich damit ein Mitspracherecht. Unter den Theaterfreunden in Frankreich herrscht zu dieser Zeit Aufbruchsstimmung. Die Regierung versucht, die Künste zu fördern und das Theater vom Ruf des Unanständigen zu befreien. König Ludwig XIII. spricht sich öffentlich gegen die Diskriminierung der Schauspielerei und der Schauspieler aus. Junge Leute aus anständigen Bürgerfamilien haben fast über Nacht die Möglichkeit, sich an den Bühnen zu betätigen. Und auch das Publikum ist interessiert. Molières Truppe, in der er oft gleichzeitig die Buchhaltung und die Werbung übernimmt, Rollen spielt, Regie führt und der wichtigste Autor ist, arbeitet zunächst erfolgreich. Die Zuschauer lieben die kurzen humorvollen Stücke. Auch einige adelige Förderer werden auf das Nachwuchstalent aufmerksam. Doch der Erfolg steigt Molière zu Kopf. Er übernimmt sich. Um die Truppe finanziell noch erfolgreicher zu machen, zieht das Ensemble in eine großbürgerliche Gegend von Paris und zeigt Tragödien zeitgenössischer Autoren. Dort gibt es aber bereits zwei lang eingeführte, professionelle und sehr beliebte Theater. Die Konkurrenz ist am Ende zu groß. Schon nach wenigen Monaten bleiben die Zuschauer aus, die aufwendigen Inszenierungen verschlingen ein Vermögen. Molière ist pleite. Für kurze Zeit muss er sogar ins Gefängnis. Noch 20 Jahre später zahlt er die Schulden aus dieser Zeit ab. Die Rettung erscheint in der Gestalt des Herzogs von Orléans. Der Onkel des neu gekrönten Königs, Ludwig XIV., ist ein großer Freund der Bühne und einer der wichtigsten Mäzene seiner Zeit. Molière kommt aus dem Gefängnis frei und geht gemeinsam mit Madeleine Bejar auf Wanderschaft. Sie schließen sich wechselnden Truppen an und ziehen 13 Jahre durch die Provinz. Ein weiterer Förderer ist in dieser Zeit auch Molières Studienfreund Prinz Conti, der zu den mächtigsten Männern des Landes zählt. Unzählige Auftritte machen Molière und Madeleine zu erfahrenen Schauspielern. Das Repertoire wächst und wächst. Für Engagements in den Schlössern seiner adeligen Mäzene schreibt Molière eigene Stücke, die teilweise sogar auf die Familiengeschichte der Förderer anspielen. Das wohlhabende Bürgertum dagegen will seinen Geschmack beweisen und besucht mit Vorliebe Verskomödien in fünf Akten, die damals als die hohe Kunst des Theaters gelten. Im Jahr 1658 ist es dann soweit. Molière kehrt nach Paris zurück. Seine Förderer aus dem Umfeld des Monarchen haben einen Auftritt im Königlichen Palast arrangiert. Ludwig XIV. persönlich ist anwesend. Zunächst scheint der Abend ein Desaster zu werden. Das erste Stück langweilt das Publikum. Erst als die Truppe eine kurze Farce mit dem Titel Der verliebte Doktor spielt, ist der König begeistert. Das ist der Durchbruch. Molière gewinnt die Gunst des mächtigsten Herrschers Europas und darf mit seiner Truppe ein kleines Theater auf dem Gelände des Louvre nutzen. Für Molière beginnen nun die erfolgreichsten, aber auch die aufreibendsten Jahre. Sein Glück ist von seiner Beziehung zum launischen König abhängig. Zunächst verstehen sich die beiden prächtig. Zeitgenossen sprechen sogar von einer Freundschaft. Der junge König kann sich gut in die Situation der Schauspieler hineindenken. Auch er ist lebensfroh und wird, wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand, für seine zahlreichen Liebschaften kritisiert. Vom Theater erwartet er eigentlich nur eines. Zerstreuung. Er ist kein großer Freund der klassischen Tragödie, sondern er liebt die leichte Unterhaltung. Molière schreibt Komödien wie am Fließband. Er weiß genau, was sein Publikum will und ertrifft punktgenau den Geschmack von Ludwig XIV. Molière übernimmt immer wieder tragende Rollen und schafft sich sein eigenes Genre. Für den klassischen Heldentypus oder den schönen Liebhaber ist sein Körper nicht geschaffen. Er ist relativ klein, etwas pummelig und ein kurzer Hals trägt einen großen Kopf. Allenfalls seine Beine wissen den Damen zu gefallen, wie ein Zeitgenosse schreibt. Aus diesem Manko macht er eine Kunst. Er setzt auf ausgefeilte Mimik und Gestik und übernimmt in erster Linie lächerliche Rollen, die er derb und komisch umsetzt. Das Publikum liebt ihn. Die Truppe ist wie im Rausch. Nicht nur der König und sein Hofstaat besuchen regelmäßig die Aufführungen, auch das Bürgertum und die einfachen Leute lieben Molière. In Stücken wie Tartuff, der Geizige oder der Eingebildete Kranke entdecken sie auf die Spitze getriebene Charaktere aus ihrer persönlichen Umgebung wieder, über die sie im Theater herzlich lachen können. Die Kirche hingegen tobt. Sie setzt immer wieder das Verbot einzelner Stücke durch, wenn sie sich angegriffen fühlt. In Flugblättern fordern anonyme Autoren den Scheiterhaufen für den brillanten Komödianten. Dabei nimmt Molière nur die Kleriker aufs Korn, die ihr Amt ausnutzen, um sich zu bereichern. Innerhalb weniger Jahre entwickelt sich Paris zu einer Hochburg des Theaters. Gute Truppen können viel Geld verdienen, allen voran das Ensemble Molières. Drei große einheimische Bühnen wetteifern um die Gunst der Zuschauer. Dazu kommen Theatergruppen aus Italien. Wegen der harten Konkurrenz stacheln sich die Schauspieler und die Autoren gegenseitig zu Spitzenleistungen an, die das Theater in Frankreich später in dieser Form nie wieder erreichen sollte. Doch allmählich verliert Molière die Gunst des Königs. Bei Hofe kommen immer mehr das Ballett und die Oper in Mode. Ludwig XIV. entdeckt neue Künstler für sich. Dazu kommt, dass sich der König von einem lebenslustigen jungen Mann zu einem ernsten, von der Last des Amtes gebeugten Monarchen entwickelt hat. Finanziell muss sich Molière deswegen keine Sorgen machen. Doch das Ende des Kontaktes mit dem König trifft ihn persönlich sehr. Schließlich gilt er selbst als umgänglich und liebenswert, als zuverlässiger Geschäftspartner, treuer Freund und fürsorglicher Arbeitgeber. Geht einer seiner Schauspieler in Rente, zahlt er ihm eine hohe Pension aus, was für damalige Verhältnisse sehr großzügig ist. 1672 entzieht Ludwig XIV. seinem einstigen Liebling Molière die wichtigsten Privilegien, andere Hofdichterrücken nach. Im selben Jahr stirbt Madeleine Bejar, seine langjährige Geschäftspartnerin, Freundin, Geliebte und Muse. Molière wird zunehmend verbittert. Seine Stücke werden immer bissiger und fast schon zynisch. Als letztes Werk bringt er den eingebildeten Kranken zu Papier, ein Stück, das auch autobiografische Züge trägt. Schließlich kämpft er seit Jahren gegen verschiedene Gebrechen und ist kurz davor, am Unvermögen seiner Ärzte zu verzweifeln. 17. Februar 1673. Molière fühlt sich schlecht. Mit einer chronischen Lungenentzündung schleppt er sich bereits am Nachmittag auf die Bühne und spielt noch einmal den eingebildeten Kranken. Danach bricht er zusammen. Zwei Priester lässt Molière um die letzte Ölung bitten. Beide weigern sich. Noch einmal rächt sich die Kirche an dem unermüdlichen Spötter. Denn noch immer sind Schauspieler automatisch exkommuniziert. Erst nach langem Suchen wird schließlich ein geistlicher Gefunden, der bereit ist, die Sterbesakramente zu sprechen. Man eilt zum Haus des Dichters. Der Priester kommt zu spät. Molière ist bereits tot. Doch damit ist die Demütigung noch nicht zu Ende. Nur zähe Verhandlungen und möglicherweise ein geheimes Machtwort des Königs ermöglichen es, Molière auf einem Friedhof und damit in geweihter Erde zu bestatten. Die Beerdigung darf allerdings nur nachts und im kleinen Kreis stattfinden. So bestimmt es der Erzbischof von Paris. Nach dem Tod Molières zerfällt sein Ensemble. Die Mitglieder werden von anderen Bühnen abgeworben. Sie gelten als absolute Profis und sind deswegen begehrt. Nahezu alle privaten Aufzeichnungen und viele Schriften des Ausnahmedichters verschwinden im Lauf der Zeit. Geblieben sind seine großartigen Komödien, die nach wie vor zu den wichtigsten der französischen Literatur zählen. Johann Sebastian Bach, 1685 bis 1750. So oder ähnlich muss es geklungen haben, als Johann Sebastian Bach 1708 auf einer Kirchenorgel in Weimar Probe spielte. Herzog Wilhelm Ernst hatte ihn rufen lassen, um als Gutachter das neue Instrument zu bewerten. Doch als Bach die Tasten drückt, erklingt eine so beeindruckende Melodie, dass die Zuhörer in Begeisterungsstürme ausbrechen. Nie zuvor hatten sie eine derartige Orgelmusik vernommen. Bach wird vom Fleck weg als Organist und Hofmusiker engagiert. Als Johann Sebastian am 21. März 1685 als jüngstes Kind der Familie Bach in Eisenach das Licht der Welt erblickt, wird ihm die Musik sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Sein Vater Johann Ambrosius ist als Rats- und Stadtmusikus in Eisenach beschäftigt. Er stammt aus einer Familie, die bereits seit neun Generationen Musiker hervorbringt. Von den acht Kindern, die Johann Ambrosius mit seiner Frau Elisabeth bekommt, erreichen nur fünf das Erwachsenenalter. Der älteste Sohn, Johann Christoph, ist bei der Geburt von Johann Sebastian bereits als Organist tätig. Er wurde, wie seine Brüder, vom Vater ausgebildet und gilt als begabter Musiker. Auch die anderen Bachsöhne sind sehr musikalisch. Besonders sticht aber der Jüngste hervor. Ohne jemals Unterricht erhalten zu haben, lernt er vom reinen Zusehen, das Geigen- und Klavikortspiel. Aus dem Stehgreif kann Johann Sebastian Melodien, die er nur einmal gehört hat, nachspielen. Zu einer seiner liebsten Beschäftigungen zählt jedoch das Singen. Der größte Wunsch des damals achtjährigen Jungen ist es, Mitglied des Chorus Symfoniakus zu werden. Der Chor, den sein Onkel Christoph leitet, gilt als der beste in Eisenach. Als Johann Sebastian nach langem Betteln endlich vorsingen darf, ist der Onkel überwältigt. Und es dauert nicht lange, bis er ihm sämtliche Soloparts überträgt. Im Frühjahr 1694, Johann Sebastian ist gerade neun Jahre alt geworden, stirbt seine Mutter. Der Vater fühlt sich mit dem großen Haushalt und der Erziehung der Kinder überfordert und heiratet deshalb bereits ein halbes Jahr später Barbara Margarete Keul. Kurz nach der Hochzeit, im Spätherbst 1694, ziehen sich erneut dunkle Wolken über der Familie Bach zusammen. Johann Ambrosius wird schwer krank. Die Kinder bangen um den Vater. So kurz nach der Mutter auch ihn zu verlieren, wäre eine Katastrophe. Doch die lässt sich nicht abwenden. Im Februar 1695 stirbt Johann Ambrosius Bach. Bei der Totenmesse ist die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Die ganze Stadt nimmt Anteil am Schicksal der Bachkinder, für die nun eine harte Zeit beginnt. Die Stiefmutter kann die Kinder kaum ernähren, da die Arztkosten für den verstorbenen Mann das ganze Vermögen verschlungen haben. Das Haus, die Möbel und die wertvollen Instrumente müssen verkauft werden, um wenigstens einen Teil der Schulden bezahlen zu können. Trotzdem kann Barbara Margarete nicht alle Kinder bei sich behalten. Johann Jakob und Johann Sebastian werden zu ihrem ältesten Bruder, dem Organisten Johann Christoph, nach Ordruf geschickt. Um seinem Bruder nicht auf der Tasche zu liegen, schließt sich Johann Sebastian in Ordruf schnell einer Sängergruppe an, die von Haus zu Haus zieht, um die Bürger gegen eine kleine Bezahlung mit ihrem Gesang zu unterhalten. Ein lukratives Geschäft. Der zehnjährige Johann Sebastian verdient auf diese Weise beinahe die Hälfte des Jahreseinkommens seines Bruders dazu. Doch Johann Sebastian muss auch das Gymnasium besuchen. Sein großer Bruder besteht darauf, dass er eine fundierte Ausbildung erhält. Neben Griechisch, Latein, Religion und Musik stehen auch Deutsch- und Naturwissenschaften auf dem Stundenplan. Dem Jungen fällt das Lernen leicht. Schnell avanciert er zum Klassenprimus. Eine Entwicklung, die dem großen Bruder gut gefällt. Und so beschließt er, Johann Sebastian zusätzlich zum Schulunterricht auch Musikunterricht zu erteilen. Täglich üben die beiden Brüder von nun an zusammen. Zunächst auf dem Cembalo und einige Zeit später auf der Kirchenorgel. Johann Sebastian ist überglücklich. Als er 15 Jahre alt ist, enden die schönen Jahre bei seinem Bruder. Dessen Frau erwartet ihr fünftes Kind. Und die gemeinsame Wohnung wird allmählich zu eng. Aber wieder hat Johann Sebastian Glück im Unglück. Ein Freund seines Bruders empfiehlt ihm, in der Internatsschule des Michaelisklosters in Lüneburg vorstellig zu werden. Kinder armer Eltern hätten dort die Möglichkeit, als Freischüler aufgenommen zu werden, sofern sie den Kirchenchor mit einer schönen Stimme unterstützten. Für den musikbegeisterten Johann Sebastian keine Frage. An dieser Schule wird er sich bewerben. Zusammen mit seinem Freund Georg Erdmann verfasste er einen Brief an den Kantor des Internats und kurz darauf erhalten die beiden Jungen die Einladung zum Vorsingen. Im Frühjahr 1700 machen sich Johann Sebastian und sein Freund Georg auf den Weg nach Lüneburg. Sie müssen die 300 Kilometer lange Strecke zu Fuß zurücklegen, da sie sich eine teure Kutschfahrt nicht leisten können. Doch der Wille der beiden Jungen ist stark und keine Anstrengung ist ihnen zu mühsam, um den ersehnten Platz im Internat zu bekommen. Das Vorsingen bestehen beide mit Bravour. Die Jungen werden in das Internat aufgenommen. Dank seiner außerordentlichen Stimme darf Johann Sebastian vom ersten Tag an im Mettenchor, dem Elitechor der Schulkantorei, mitsingen. Die Metten-Sänger erhalten neben einem kleinen Taschengeld freie Unterkunft im Kloster, kostenlose Verpflegung und Schulunterricht. Doch seine schöne Sopranstimme bleibt dem Jungen nicht mehr lange erhalten. Der Stimmbruch beginnt. Um trotzdem am Chorgeschehen teilhaben zu können, begleitet er den Gesang seiner Mitschüler von nun an auf der Violine oder dem Cembalo. Sein besonderes Interesse gilt in diesen Tagen der Bibliothek des Michaelisklosters. Dort gibt es eines der größten Musikarchive Deutschlands. Über 1100 Handschriften von ca. 200 Komponisten stehen dem 15 Jahre alten Johann Sebastian für seine Studien zur Verfügung. Immer wieder spielt er neue Stücke auf der Orgel und überträgt die Kompositionen in sein eigens dafür angelegtes Notenheft. In seiner Freizeit besucht er aber auch gerne die Nikolai- und die Johanniskirche in Lüneburg, um den dortigen Organisten zu lauschen. Der Einfluss dieser Musiker auf den heranwachsenden Bach ist enorm. Doch nicht nur das Orgelspiel, auch die Orgeltechnik faszinieren Johann Sebastian. Äußerst interessiert verfolgt er deshalb jeden Handgriff von Johann Balthasar Held, als dieser nach Lüneburg kommt, um die Orgel des Michaelisklosters zu restaurieren. 1702 beendet Bach seine Schulausbildung in Lüneburg mit der Hochschulreife. Was er danach tut, ist nicht überliefert. Es ist lediglich bekannt, dass er im März 1703 seine erste Arbeitsstelle antritt. Er wird Musiklakei am Hofe des Herzogs Johann Ernst von Sachsen-Weimar. Dort spielt er, ganz nach dem Geschmack des Herzogs, vornehmlich Werke von Corelli, Tartini und Vivaldi. Im Juli desselben Jahres wird er nach Arnstadt bestellt. Dort soll er als fürstlich-sächsischer Hoforganist eine gerade fertiggestellte Orgel abnehmen. Ein ungewöhnlicher Auftrag, denn eigentlich ist Johann Sebastian mit seinen 18 Jahren viel zu jung für die Erstellung eines Orgelgutachtens. Doch er erledigt seine Aufgabe hervorragend. Selbstverständlich lässt es sich Bach nicht nehmen, das Instrument nach der Abnahme selbst zu spielen, und die Arnstädter trauen ihren Ohren kaum. Bach entlockt der Orgel die wundervollsten Melodien. Ohne einen anderen Musiker in Erwägung zu ziehen, bietet man Bach eine Organistenstelle an. Und dieser sagt begeistert zu. Ende 1703 verlässt er Weimar und bezieht Quartier in Arnstadt. Die folgenden Jahre kann sich Bach ganz der Musik widmen. Er bekommt ein für die damalige Zeit beachtliches Gehalt. Und seine Aufgabe besteht lediglich darin, die Gottesdienste mit seinem Orgelspiel zu begleiten. Die übrige Zeit kann er nach eigenem Ermessen nutzen. Und das tut er. In Arnstadt entstehen Bachs erste eigene Kompositionen. Nach einiger Zeit gründet Johann Sebastian Bach einen Schülerchor am Arnstädter Gymnasium, der bei den Honoratioren der Stadt großen Anklang findet. Auch die Schüler sind mit Feuereifer bei der Sache. Doch nach einem Jahr kommt es zum Eklat. Bachs Gründlichkeit und Perfektionismus verderben den Schülern die Freude am Gesang. Eine handgreifliche Auseinandersetzung ist die Folge. Aber anstatt die Schüler, die ihrem Lehrer zugesetzt hatten, zu bestrafen, verlangt man von Bach, die musikalische Unterweisung der Gymnasiasten in gemäßigter Form wieder aufzunehmen. Johann Sebastian ist entsetzt. Nichts verabscheut er mehr als Mittelmaß in der Musik. Doch er muss sich beugen, denn die Eltern seiner Schüler sind einflussreiche Arnstädter Bürger. Im Spätherbst 1705 reist Johann Sebastian Bach nach Lübeck, um den dortigen Komponisten Dietrich Buxtehude zu treffen und von ihm zu lernen. Vom Kirchenrat wird ihm für diese Bildungsreise ein vierwöchiger Urlaub gewährt. Doch Bach kehrt nicht wie vereinbart nach einem Monat an seinen Arbeitsplatz zurück, sondern verlängert den Aufenthalt in Lübeck eigenmächtig um weitere acht Wochen. In Arnstadt brodelt es. Denn obwohl Bach während seiner Abwesenheit für einen Ersatzorganisten gesorgt hat, zeigt der Kirchenrat kein Verständnis für sein Verhalten. Hinzu kommt, dass seine eigenen Kompositionen, die er in der letzten Zeit immer häufiger in die Gottesdienstmusik einbaut, keinen Anklang finden. Sie werden als disharmonisch und zu lang empfunden. Johann Sebastian Bach reagiert gekränkt und reduziert sein Orgelspiel während der Messe auf ein Minimum. Als am 2. Dezember 1706 der Mühlhausener Organist Johann Georg Ahle stirbt, packt Bach die Gelegenheit am Schopf und kehrt Arnstadt den Rücken. Neben seinem musikalischen Talent fällt Bach in Mühlhausen auch durch sein hervorragendes Verhandlungsgeschick auf. 85 Gulden, 3 Malter Korn, 2 Klafter Holz sowie 6 Bündel Reisig fordert er als Gehalt. Und er bekommt diese außerordentlich gute Bezahlung auch. Die Grundlage zur Gründung einer Familie ist geschaffen. Am 17. Oktober 1707 heiratet Johann Sebastian Bach seine sechs Monate ältere Großcousine Maria Barbara Bach, die ebenfalls einer Organistenfamilie entstammt. Im Juni 1708 wird Johann Sebastian Bach an den herzoglichen Hof nach Weimar gerufen. Eigentlich soll er dort nur eine Orgel einspielen, doch seine Darbietung begeistert Herzog Wilhelm Ernst dermaßen, dass er ihm eine lukrative Stelle als Hoforganist und Kammermusiker andient, die Bach freudig annimmt. Sechs Wochen später reist er mit seiner schwangeren Frau nach Weimar. Finanziell lohnt sich auch dieser Wechsel. 150 Gulden kann er als Verdienst durchsetzen. Dazu kommen 18 Scheffel Korn, 12 Scheffel Gerste, 4 Klafter Floßholz und 30 Eimer Bier. Musikalisch ist die Stelle in Weimar abwechslungsreich. Bach kann hier sowohl während der Gottesdienste Orgel spielen, als auch am Hof Kammer- und Orchestermusik machen. Gesellschaftlich ist der Wechsel allerdings ein Abstieg. Aus dem freien Bürgerbach wird wieder ein fürstlicher Lakai, der seinem Herren zu striktem Gehorsam verpflichtet ist. Noch im selben Jahr, in dem die Familie nach Weimar zieht, kommt die erste Tochter, Katharina Dorothea, zur Welt. Im Laufe der kommenden Jahre wächst die Familie stetig. Bis 1715 erblicken fünf weitere Bach-Sprösslinge das Licht der Welt. Für die Geschichte der Orgelmusik ist die Weimarer Zeit von zentraler Bedeutung. Hier entstehen die Toccata, D-Moll und das berühmte Orgelbüchlein. Am 2. März 1714 wird Bach in Weimar zum Konzertmeister ernannt. Mit diesem Amt geht die Verpflichtung einher, regelmäßig neue Kantaten zu komponieren. Der Grundstein für ca. 30 bedeutende Stücke der Kirchenmusik ist gelegt. Warum Bach 1717 in die Stadt Köthen umzieht, um dort die Position des Kapellmeisters einzunehmen, ist nicht restlos geklärt. Es ist jedoch zu vermuten, dass dies eine Trotzreaktion darauf war, dass er eben diesen Posten ein Jahr zuvor in Weimar nicht erhalten hatte. Während seiner Köthener Zeit unternimmt Bach zahlreiche Reisen. Und so ist er auch 1720 unterwegs, als zu Hause seine geliebte Frau Maria Barbara stirbt. Bach findet Trost bei Anna Magdalena Wilke, die als Sopranistin am Köthener Hof tätig ist und im Dezember 1721 seine Frau wird. Auch mit Anna Magdalena hat Johann Sebastian zahlreiche Kinder, sodass er es im Laufe seines Lebens auf über 20 Nachkommen bringt, von denen jedoch viele bereits im Kindesalter sterben. In Köthen widmet sich Bach hingebungsvoll der musikalischen Erziehung seiner Familie. Im Mai 1723 wechselt Bach zum letzten Mal seinen Arbeitsplatz. Er geht als Kantor und Musikdirektor nach Leipzig. Dort ist er für die Musik in den vier Hauptkirchen sowie für den Musikunterricht an der Thomasschule verantwortlich. Er wird Leiter des bis heute berühmten und geschätzten Thomana-Kors. Für jedes Kirchenfest komponiert Bach neue Kantaten. Über 300 dieser Stücke entstehen in Leipzig. Zu den bekanntesten Werken zählen die Johannispassion, die Matthäuspassion und das Weihnachtsoratorium. Ab 1740 lässt Bachs Kompositionstätigkeit deutlich nach. Heute geht man davon aus, dass die angeborene Kurzsichtigkeit, die sich im Laufe der Jahre stark verschlechtert hatte, dafür verantwortlich war. Eine Operation durch den sogenannten Starrstecher führt 1749 schließlich zur vollständigen Erblindung. Als Bach Anfang Juli 1750 einen Schlaganfall erleidet, kann man ihm nicht mehr helfen. Acht Tage später, am 28. Juli 1750, schließt er für immer seine Augen. Bachs Arbeiten gerieten fast ein ganzes Jahrhundert in Vergessenheit. Ihre Wiederentdeckung begann mit der Aufführung der Matthäuspassion durch Felix Mendelssohn-Bartoldy 1829. Seither leben seine Werke fort und zählen zu den bedeutendsten der Kirchenmusik. Den eingebildeten Kranken zu Papier. Ein Stück, das auch autobiografische Züge trägt. Schließlich kämpft er seit Jahren gegen verschiedene Gebrechen und ist kurz davor, am Unvermögen seiner Ärzte zu verzweifeln. 17. Februar 1673. Molière fühlt sich schlecht. Mit einer chronischen Lungenentzündung schleppt er sich bereits am Nachmittag auf die Bühne und spielt noch einmal den eingebildeten Kranken. Danach bricht er zusammen. Zwei Priester lässt Molière um die letzte Ölung bitten. Beide weigern sich. Noch einmal rächt sich die Kirche an dem unermüdlichen Spötter. Denn noch immer sind Schauspieler automatisch exkommuniziert. Erst nach langem Suchen wird schließlich ein geistlicher Gefundener bereit ist, die Sterbesakramente zu sprechen. Man eilt zum Haus des Dichters. Der Priester kommt zu spät. Molière ist bereits tot. Doch damit ist die Demütigung noch nicht zu Ende. Nur zähe Verhandlungen und möglicherweise ein geheimes Machtwort des Königs ermöglichen es, Molière auf einem Friedhof und damit in geweihter Erde zu bestatten. Die Beerdigung darf allerdings nur nachts und im kleinen Kreis stattfinden. So bestimmt es der Erzbischof von Paris. Nach dem Tod Molières zerfällt sein Ensemble. Die Mitglieder werden von anderen Bühnen abgeworben. Sie gelten als absolute Profis und sind deswegen begehrt. Nahezu alle privaten Aufzeichnungen und viele Schriften des Ausnahmedichters verschwinden im Lauf der Zeit. Geblieben sind seine großartigen Komödien, die nach wie vor zu den wichtigsten der französischen Literatur zählen. Johann Sebastian Bach, 1685 bis 1750. So oder ähnlich muss es geklungen haben, als Johann Sebastian Bach 1708 auf einer Kirchenorgel in Weimar Probe spielte. Herzog Wilhelm Ernst hatte ihn rufen lassen, um als Gutachter das neue Instrument zu bewerten. Doch als Bach die Tasten drückt, erklingt eine so beeindruckende Melodie, dass die Zuhörer in Begeisterungsstürme ausbrechen. Nie zuvor hatten sie eine derartige Orgelmusik vernommen. Bach wird vom Fleck weg als Organist und Hofmusiker engagiert. Als Johann Sebastian am 21. März 1685 als jüngstes Kind der Familie Bach in Eisenach das Licht der Welt erblickt, wird ihm die Musik sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Sein Vater Johann Ambrosius ist als Rats- und Stadtmusikus in Eisenach beschäftigt. Er stammt aus einer Familie, die bereits seit neun Generationen Musiker hervorbringt. Von den acht Kindern, die Johann Ambrosius mit seiner Frau Elisabeth bekommt, erreichen nur fünf das Erwachsenenalter. Der älteste Sohn, Johann Christoph, ist bei der Geburt von Johann Sebastian bereits als Organist tätig. Er wurde, wie seine Brüder, vom Vater ausgebildet und gilt als begabter Musiker. Auch die anderen Bach-Söhne sind sehr musikalisch. Besonders sticht aber der Jüngste hervor. Ohne jemals Unterricht erhalten zu haben, lernt er vom reinen Zusehen, das Geigen- und Klavikordspiel. Aus dem Stehgreif kann Johann Sebastian Melodien, die er nur einmal gehört hat, nachspielen. Zu einer seiner liebsten Beschäftigungen zählt jedoch das Singen. Der größte Wunsch des damals achtjährigen Jungen ist es, Mitglied des Chorus Symphoniakus zu werden. Der Chor, den sein Onkel Christoph leitet, gilt als der beste in Eisenach. Als Johann Sebastian nach langem Betteln endlich vorsingen darf, ist der Onkel überwältigt. Und es dauert nicht lange, bis er ihm sämtliche Soloparts überträgt. Im Frühjahr 1694, Johann Sebastian ist gerade neun Jahre alt geworden, stirbt seine Mutter. Der Vater fühlt sich mit dem Dichter Cyrano de Bergerac kennen. Gemeinsam mit Studienfreunden wie dem reichen und mächtigen Grafen Conti gibt die Gruppe ein sonderbares Bild ab. In ihren prunkvollen bunten Gewändern, mitten in einer Menge aus einfachen Laufburschen, Fischern und Marktfrauen, wenn sie den Jahrmarkt um Pont-Neuve besuchen. Aber die jungen Männer gehen auch regelmäßig ins Theater und beschäftigen sich mit Philosophie sowie den klassischen Dramen und Komödien. Vater Poquelin gibt die Hoffnung, dass aus seinem Sohn etwas Anständiges werden könnte, trotzdem nicht auf. Immerhin schließt Jean-Baptiste sein Jurastudium 1641 erfolgreich ab und arbeitet für kurze Zeit als Anwalt. Letztlich siegt jedoch die Liebe zur Bühne. Um den Namen seiner Familie nicht in Verbindung mit dem liederlichen Theaterleben und damit in Verruf zu bringen, nennt sich Jean-Baptiste ab dem Jahr 1643 Molière. Doch er löst sich nicht ganz von seiner bürgerlichen Existenz. Der Vater unterstützt ihn immer wieder mit seinem Einfluss, gelegentlich auch mit Geld. Aber bald findet Molière eine zweite Familie. Er schließt sich einer Wandertruppe an, die sich im Laufe einiger Jahre rund um die Komödiantenfamilie Bejar entwickelt hat. Molière liebt Madeleine Bejar und will mit ihr ein eigenes Theater aufbauen. Er bringt das Kapital aus einer kleinen Erbschaft in die Truppe ein und verschafft sich damit ein Mitspracherecht. Unter den Theaterfreunden in Frankreich herrscht zu dieser Zeit Aufbruchsstimmung. Die Regierung versucht, die Künste zu fördern und das Theater vom Ruf des Unanständigen zu befreien. König Ludwig XIII. spricht sich öffentlich gegen die Diskriminierung der Schauspielerei und der Schauspieler aus. Junge Leute aus anständigen Bürgerfamilien haben fast über Nacht die Möglichkeit, sich an den Bühnen zu betätigen. Und auch das Publikum ist interessiert. Molières Truppe, in der er oft gleichzeitig die Buchhaltung und die Werbung übernimmt, Rollen spielt, Regie führt und der wichtigste Autor ist, arbeitet zunächst erfolgreich. Die Zuschauer lieben die kurzen humorvollen Stücke. Auch einige adelige Förderer werden auf das Nachwuchstalent aufmerksam. Doch der Erfolg steigt Molière zu Kopf. Er übernimmt sich. Um die Truppe finanziell noch erfolgreicher zu machen, zieht das Ensemble in eine großbürgerliche Gegend von Paris und zeigt Tragödien zeitgenössische Autoren. Dort gibt es aber bereits zwei lang eingeführte, professionelle und sehr beliebte Theater. Die Konkurrenz ist am Ende zu groß. Schon nach wenigen Monaten bleiben die Zuschauer aus, die aufwendigen Inszenierungen verschlingen ein Vermögen. Molière ist pleite. Für kurze Zeit muss er sogar ins Gefängnis. Noch 20 Jahre später zahlt er die Schulden aus dieser Zeit ab. Die Rettung erscheint in der Gestalt des Herzogs von Orléans. Der Onkel des neu gekrönten Königs, Ludwig XIV., ist ein großer Freund der Bühne und einer der wichtigsten Mäzene seiner Zeit. Molière kommt aus dem Gefängnis frei und geht gemeinsam mit Madeleine Bejar auf Wanderschaft. Sie schließen sich wechselnden Truppen an und ziehen 13 Jahre durch die Provinz. Ein weiterer Förderer ist in dieser Zeit auch Molières Studienfreund Prinz Conti, der zu den mächtigsten Männern des Landes zählt. Unzählige Auftritte machen Molière und Madeleine zu erfahrenen Schauspielern. Das Repertoire wächst und wächst. Für Engagements in den Schlössern seiner adeligen Mäzene schreibt Molière eigene Stücke, die teilweise sogar auf die Familiengeschichte der Förderer anspielen. Das wohlhabende Bürgertum dagegen will seinen Geschmack beweisen und besucht mit Vorliebe Verskomödien in fünf Akten, die damals als die hohe Kunst des Theaters gelten. Im Jahr 1658 ist es dann soweit. Molière kehrt nach Paris zurück. Seine Förderer aus dem Umfeld des Monarchen haben einen Auftritt im Königlichen Palast arrangiert. Ludwig XIV. persönlich ist anwesend. Zunächst scheint der Abend ein Desaster zu werden. Das erste Stück langweilt das Publikum. Erst als die Truppe eine kurze Farce mit dem Titel Der verliebte Doktor spielt, ist der König begeistert. Das ist der Durchbruch. Molière gewinnt die Gunst des mächtigsten Herrschers Europas und darf mit seiner Truppe ein kleines Theater auf dem Gelände des Louvre nutzen. Für Molière beginnen nun die erfolgreichsten, aber auch die aufreibendsten Jahre. Sein Glück ist von seiner Beziehung zum launischen König abhängig. Zunächst verstehen sich die beiden prächtig. Zeitgenossen sprechen sogar von einer Freundschaft. Der junge König kann sich gut in die Situation der Schauspieler hineindenken. Auch er ist lebensfroh und wird, wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand, für seine zahlreichen Liebschaften kritisiert. Vom Theater erwartet er eigentlich nur eines – Zerstreuung. Er ist kein großer Freund der klassischen Tragödie, sondern er liebt die leichte Unterhaltung. Molière schreibt Komödien wie am Fließband. Er weiß genau, was sein Publikum will und er trifft punktgenau den Geschmack von Ludwig XIV. Molière übernimmt immer wieder tragende Rollen und schafft sich sein eigenes Genre. Für den klassischen Heldentypus oder den schönen Liebhaber ist sein Körper nicht geschaffen. Er ist relativ klein, etwas pummelig und ein kurzer Hals trägt einen großen Kopf. Allenfalls seine Beine wissen den Damen zu gefallen, wie ein Zeitgenosse schreibt. Aus diesem Manko macht er eine Kunst. Er setzt auf ausgefeilte Mimik und Gestik und übernimmt in erster Linie lächerliche Rollen, die er derb und komisch umsetzt. Das Publikum liebt ihn. Die Truppe ist wie im Rausch. Nicht nur der König und sein Hofstaat besuchen regelmäßig die Aufführungen, auch das Bürgertum und die einfachen Leute lieben Molière. In Stücken wie Tartuff, der Geizige oder der Eingebildete Kranke entdecken sie auf die Spitze getriebene Charaktere aus ihrer persönlichen Umgebung wieder, über die sie im Theater herzlich lachen können. Die Kirche hingegen tobt. Sie setzt immer wieder das Verbot einzelner Stücke durch, wenn sie sich angegriffen fühlt. In Flugblättern fordern anonyme Autoren den Scheiterhaufen für den brillanten Komödianten. Dabei nimmt Molière nur die Kleriker aufs Korn, die ihr Amt ausnutzen, um sich zu bereichern. Innerhalb weniger Jahre entwickelt sich Paris zu einer Hochburg des Theaters. Gute Truppen können viel Geld verdienen, allen voran das Ensemble Molières. Drei große einheimische Bühnen wetteifern um die Gunst der Zuschauer. Dazu kommen Theatergruppen aus Italien. Wegen der harten Konkurrenz stacheln sich die Schauspieler und die Autoren gegenseitig zu Spitzenleistungen an, die das Theater in Frankreich später in dieser Form nie wieder erreichen sollte. Doch allmählich verliert Molière die Gunst des Königs. Bei Hofe kommen immer mehr das Ballett und die Oper in Mode. Ludwig XIV. entdeckt neue Künstler für sich. Dazu kommt, dass sich der König von einem lebenslustigen jungen Mann zu einem ernsten, von der Last des Amtes gebeugten Monarchen entwickelt hat. Finanziell muss sich Molière deswegen keine Sorgen machen. Doch das Ende des Kontaktes mit dem König trifft ihn persönlich sehr. Schließlich gilt er selbst als umgänglich und liebenswert, als zuverlässiger Geschäftspartner, treuer Freund und fürsorglicher Arbeitgeber. Geht einer seiner Schauspieler in Rente, zahlt er ihm eine hohe Pension aus, was für damalige Verhältnisse sehr großzügig ist. 1672 entzieht Ludwig XIV. seinem einstigen Liebling Molière die wichtigsten Privilegien, andere Hofdichter rücken nach. Im selben Jahr stirbt Madeleine Bejar, seine langjährige Geschäftspartnerin, Freundin, Geliebte und Muse. Molière wird zunehmend verbittert. Seine Stücke werden immer bissiger und fast schon zynisch. Als letztes Werk bringt er den großen Haushalt und der Erziehung der Kinder überfordert und heiratet deshalb bereits ein halbes Jahr später Barbara Margarete Keul. Kurz nach der Hochzeit, im Spätherbst 1694, ziehen sich erneut dunkle Wolken über der Familie Bach zusammen. Johann Ambrosius wird schwer krank. Die Kinder bangen um den Vater. So kurz nach der Mutter auch ihn zu verlieren, wäre eine Katastrophe. Doch die lässt sich nicht abwenden. Im Februar 1695 stirbt Johann Ambrosius Bach. Bei der Totenmesse ist die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Die ganze Stadt nimmt Anteil am Schicksal der Bachkinder, für die nun eine harte Zeit beginnt. Die Stiefmutter kann die Kinder kaum ernähren, da die Arztkosten für den verstorbenen Mann das ganze Vermögen verschlungen haben. Das Haus, die Möbel und die wertvollen Instrumente müssen verkauft werden, um wenigstens einen Teil der Schulden bezahlen zu können. Trotzdem kann Barbara Margarete nicht alle Kinder bei sich behalten. Johann Jakob und Johann Sebastian werden zu ihrem ältesten Bruder, dem Organisten Johann Christoph nach Ordruf geschickt. Um seinem Bruder nicht auf der Tasche zu liegen, schließt sich Johann Sebastian in Ordruf schnell einer Sängergruppe an, die von Haus zu Haus zieht, um die Bürger gegen eine kleine Bezahlung mit ihrem Gesang zu unterhalten. Ein lukratives Geschäft. Der zehnjährige Johann Sebastian verdient auf diese Weise beinahe die Hälfte des Jahreseinkommens seines Bruders dazu. Doch Johann Sebastian muss auch das Gymnasium besuchen. Sein großer Bruder besteht darauf, dass er eine fundierte Ausbildung erhält. Neben Griechisch, Latein, Religion und Musik stehen auch Deutsch- und Naturwissenschaften auf dem Stundenplan. Dem Jungen fällt das Lernen leicht. Schnell avanciert er zum Klassenprimus. Eine Entwicklung, die dem großen Bruder gut gefällt. Und so beschließt er Johann Sebastian zusätzlich zum Schulunterricht auch Musikunterricht zu erteilen. Täglich üben die beiden Brüder von nun an zusammen, zunächst auf dem Cembalo und einige Zeit später auf der Kirchenorgel. Johann Sebastian ist überglücklich. Als er 15 Jahre alt ist, enden die schönen Jahre bei seinem Bruder. Dessen Frau erwartet ihr fünftes Kind. Und die gemeinsame Wohnung wird allmählich zu eng. Aber wieder hat Johann Sebastian Glück im Unglück. Ein Freund seines Bruders empfiehlt ihm, in der Internatsschule des Michaelisklosters in Lüneburg vorstellig zu werden. Kinderarme Eltern hätten dort die Möglichkeit, als Freischüler aufgenommen zu werden, sofern sie den Kirchenchor mit einer schönen Stimme unterstützten. Für den Musikbegeisterten Johann Sebastian keine Frage. An dieser Schule wird er sich bewerben. Zusammen mit seinem Freund Georg Erdmann verfasste einen Brief an den Kantor des Internats und kurz darauf erhalten die beiden Jungen die Einladung zum Vorsingen. Im Frühjahr 1700 machen sich Johann Sebastian und sein Freund Georg auf den Weg nach Lüneburg. Sie müssen die 300 Kilometer lange Strecke zu Fuß zurücklegen, da sie sich eine teure Kutschfahrt nicht leisten können. Doch der Wille der beiden Jungen ist stark und keine Anstrengung ist ihnen zu mühsam, um den ersehnten Platz im Internat zu bekommen. Das Vorsingen bestehen beide mit Bravour. Die Jungen werden in das Internat aufgenommen. Dank seiner außerordentlichen Stimme darf Johann Sebastian vom ersten Tag an im Mettenchor, dem Elitechor der Schulkantorei, mitsingen. Die Mettensänger erhalten neben einem kleinen Taschengeld freie Unterkunft im Kloster, kostenlose Verpflegung und Schulunterricht. Doch seine schöne Sopranstimme bleibt dem Jungen nicht mehr lange erhalten. Der Stimmbruch beginnt. Um trotzdem am Chorgeschehen teilhaben zu können, begleitet er den Gesang seiner Mitschüler von nun an auf der Violine oder dem Cembalo. Molière, 1622 bis 1673. Komödiant, Günstling des Königs, Gesellschaftskritiker, Lebemann, Kirchenfeind. Der französische Dichter Molière erhielt bereits zu Lebzeiten viele Titel. Doch egal, wie die Kritiker zu ihm standen, eines ist unbestritten. Molière ist der wichtigste Theaterautor Frankreichs. Kein anderer hat es geschafft, dass seine Stücke so oft aufgeführt wurden. Kein anderer hat ein derart breites Publikum von Königin bis zum einfachen Volk so lange in seinen Bann gezogen wie der Mann, dem alles andere als eine Karriere rund um die Bühne in die Wiege gelegt war. Molière wird im Jahr 1622 als Jean-Baptiste Pauquelin in Paris geboren. Das genaue Geburtsdatum ist unbekannt. Da jedoch die Taufe für den 15. Januar verbürgt ist, geht man davon aus, dass das eigentliche Geburtsdatum ebenfalls in den frühen Januar fällt. Sein Vater ist der 25-jährige Jean Pauquelin, ein wohlhabender Bürger, der in dritter Generation ein Geschäft für Tapisseriewaren führt. Heute würde man sagen, er ist Innenausstatter. Als der kleine Jean-Baptiste acht Jahre alt ist, erhält sein Vater ein Amt am Hof. Er wird königlicher Kämmerer. Sein Geschäft in der Innenstadt von Paris betreibt er weiter. Ab und zu nimmt er seinen Sohn mit in den Königspalast. Eindrücke und Einblicke hinter die Kulissen der Macht bieten sich dort für Jean-Baptiste, die er später in seinen Theaterstücken verarbeitet. Am Hof wird nicht nur Politik gemacht. Es geht auch darum, Frankreich zu repräsentieren. Das Zeremoniell rund um den absolutistischen Monarchen gleicht einem Schauspiel, bei dem die Höflinge und die Besucher aus dem Ausland Statisten und zugleich Zuschauer sind. Jeder Schritt, jedes Wort und jede Geste des Herrschers ist kalkuliert. Dank seiner raschen Auffassungsgabe lernt Jean-Baptiste viel. Doch mindestens genauso wichtig sind seine Beobachtungen im Laden des Vaters. Hier erlebt er jeden Tag die unterschiedlichsten Charaktere. Das Publikum sind die höheren Stände von Paris in einer Zeit, die viel Wert auf Prunk und Dekoration legt. Viele Typen, die er später in seinen Komödien porträtiert und bloßstellt, kaufen bei seinem Vater ein. Geizige Millionäre, verschlagene Emporkömmlinge, Intriganten, lustige Witwen, Ehebrecher mit ihren Geliebten, trottelige Adelige und lebensfrohe Priester, die es mit den Geboten der Armut und der Keuschheit nicht so genau nehmen. Gelegentlich nimmt ihn auch sein Großvater in eines der respektablen Theater mit, in denen sich das bürgerliche Publikum amüsiert oder zumindest durch klassische Stücke erbauen lässt. Doch die größte Anziehungskraft auf den jungen Jean-Baptiste Bockelin üben die Straßenkünstler rund um Pont Neuf aus. Die Brücke über die Seine ist nur einen Steinwurf von seinem Elternhaus entfernt. Tag für Tag findet dort ein scheinbar nie endender Jahrmarkt statt. Gaukler und vor allem Straßenkomödianten zeigen ihre Künste und unterhalten das ständig wechselnde Publikum mit derben Scherzen und kurzen Theaterstücken. Viele der reisenden Truppen kommen aus Italien und sprechen allenfalls gebrochen Französisch. Sie behelfen sich mit ausdrucksstarken Gesten, einer überdeutlichen Mimik und setzen auf leicht verständliche Situationskomik. Doch sie führen ein Leben am Rande der Gesellschaft. Die Kirche erklärt die wandernden Künstler für gottlos, womit sie automatisch exkommuniziert sind. Dort auf den Straßen von Paris reift in Jean-Baptiste eine schwerwiegende Entscheidung heran. Anstatt sich ins gemachte Nest zu setzen und das Geschäft seines inzwischen vermögenden Vaters fortzuführen, will er Theatermann werden. Trotzdem studiert er zunächst Jura. Doch immer wieder kommt er mit Kunst in Berührung. So lernt er an der Universität so illustre Zeitgenossen wie die